Diese hier zum Kauf angebotene gut gepflegte Zweizimmer-Mesonet-Wohnung befindet sich in Remscheid-Hasten. 2003 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Parkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Wohnfläche der Mesonet-Wohnung liegt bei ca. 58 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 99.000 Euro. Dann beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.farm.de 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 www.lemsonet-zfarm.de